Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Command & Conquer der Tibiro-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GTI Ausnahmezustand. Ganz genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und hatten hier die Basis von innen heraus aufgefressen von den Noddys. Und wir sehen, der Nodtypi hier, der hat schon einiges aufgefahren beim letzten Mal. Und wir haben unseren Luftangriff. Das ist doch mal ein guter Einstand jetzt in die Mission, wirklich. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, machen wir einfach mal weiter. Uh, okay. Genau, der Noddytyp, der hat mir nämlich letztens meine komplette Basis weggenommen. Genau, das war eine ziemliche Assi-Aktion von ihm. Aber er kann es ihm verübeln, wir haben ihn halt platt gemacht. Ja, zumindest hier. Und der Noddytypi, der hat da, keine Ahnung, 20 Atombomben gehabt. Und, ähm, ja, das war ein bisschen komisch. Aber am Ende nichts zu ändern, so. Ich würde sagen, ich brauche jetzt einfach, ich fahre doch nicht wegen einem kleinen Mist darunter. So, ich brauche einfach meine, ach, kacke, ey. Ja, wobei, ein Luftschlag und, ähm, könnte klappen. So, Leute. Und, ähm, ja, während ich mich da unten aufbauen, würde ich sagen, probiere ich jetzt mal hier einen Angriff. So. Ach, die ganzen Motorräder platt, ey. Bam! So. Oh, jetzt kommt er aber an hier. Jetzt kommt er aber. Ich weiß nicht, ob das reicht, Leute. Dann macht man die Motorräder im Arsch. Die haben zwar keine Chance gegen Mammuts, aber in der Masse sind die echt mies. Ach so, ich glaube, das könnten wir geschafft haben hier. So, gib mir mal ein Radar, bitte. So. Ich hab wieder ein Radar, das ist schon... Ähm. Warum das denn? Warum funktionieren die Dinger wieder? Warum funktionieren die Dinger wieder? Das ist unfair. So, mach die Energie platt. So. So, sehr gut, Leute. So, jetzt kommt er nämlich an. Schlacht hier, direkt zu Beginn. So. Ja, diese ganzen Raketeneinheiten, die sind schon heftig. Aber... Kriegen wir hin. Kriegen wir echt hin hier, so. Ach du Scheiße. Ho, 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 ho. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Boah. So. Bevor ihr den da platt macht. Boah, Leute. Das war ganz schön knapp gerade. So. Macht bitte diese Oberlisten platt. So. So, und raus da, los. Raus da, bitte. Puh, ho, 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 ho. Das ist ganz schön knapp, muss ich sagen. Jawohl, Sir, jawohl, Sir, jawohl, Sir, jawohl, Sir, jawohl, Sir, das ist ganz schön knapp, aber geil. Okay, Leute, dann machen wir ruhig. Los. Macht diese Raffin. Oh Gott. Ja, das war's. Flugzeuge verfügbar. Sehr schön. Dann haben wir ja hier auch noch ein Raffinerie. Ach, Raffinerie. Luftangriff. Bam. Da ist schon mal die eine Raffinerie schon mal weg. So, weiter. Da habe ich jetzt hier meine Manneken. So, Leute. Da, oh nein. Da kommt genau die Waffe, die ich absolut jetzt nicht gebrauchen kann. Flammenpanzer. Ja, gut, aber. Oh. So, sehr gut, Leute. Der baut sich noch auf, ne? Jawohl, Sir. Der Sammler, was macht der denn da? Oh Gott. Ja. Ähm, das ist jetzt scheiße gelaufen irgendwie. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich habe jetzt hier ein Manneken mitgebracht. Vielleicht kann ich den nur mit Manneken überrollen. Kein Problem. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wäre das denn keine Taktik hier? So, nur mit Manneken. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ich habe einen Luftangriff. Okay, Leute. Ich brauche eigentlich... ...wurde noch schützen. Schützen. Geht ihr mir geschützen? Gib mir schützen, Leute. Weil der baut nur noch Motorräder, wie ihr seht. Konstruktion fertig. So, wer dann? Dann baue ich mal Schützen ohne Ende. So, dann brauche ich das hier auch nicht mehr. So. Oh Mann. Der Sammler, der sammelt bitte hier ein. So, Leute. Dann werde ich ihn gleich mit einer Schützen-Armee platt machen. Das ist jetzt meine Master-Taktik hier. Ach, du Scheiße. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Baut der Motorräder, ey. Meine Frosse. Konstruktion fertig. So. Aber ich baue weniger Armee. Konstruktion fertig. So, da versucht er wieder was, ne? So. Bam. So, Flugzeuge. Mach die Raffinerie platt. Samt Sammler, bitte. Ja, das war mein Turm. So. Sehr gut. Jetzt hat er nämlich nichts mehr. Jetzt hat er nur noch seine scheiß Motorräder da. Boah, was ein... Was, eine Schlacht am Ende. Nicht schlecht. Was, eine Schlacht am Ende. Ich habe wirklich nur noch die nötigsten Gebäude hier, ey. So. Ein paar weitere Schützen, bitte. Manneken-Power am Ende. So. Ja, mit einer Übermacht an Schützen. Können wir den platt machen, weil... Schau dir die an. Die Schützen hier. So. Du lässt mein Gebäude in Ruhe. Schon dabei. Schon dabei. Leute. Oh, Schützen-Armee. Steht. Ähm. War nach da oben. Oh Mann, liebe Leute. Aber... Ja, freut mich, dass ihr trotzdem wieder eingeschaltet habt hier bei Command & Conquerory Master. Ähm. Ich hoffe, dass wir jetzt hier bald mal mit der Mission hier durch sind. Da sitzen wir ja jetzt schon zwei Stunden dran. So, mach die weg hier. Seht ihr das? Ich nehme keine Chance gegen meine Manneken-Armee. Bam. So. Leute. Der mit seinen Kerr-Motorrädern, ey. Bring rein. Oder... Nein. Oder hol hier. Komm. Da kommt er wieder mit den dreien. Äh... Ach, Mann. Ja gut, komm. Ähm. Verkauft den Bauhof. Ja, das ist jetzt mutig, was ich hier gemacht habe. Aber... So, mach den Turm im Arsch. So. Motorräder weg. Los. Motorräder wegmachen. So, warum hier... Oh nein. Oh, das ist doch mies. So. Ja, jetzt muss ich mit den Manneken hier auskommen. So. Uh, das wird knapp. Uh, das wird knapp, Leute. Oh, fuck. Das wird knapp. Jetzt habe ich schon keinen Sammler mehr. Ja. Ja, super. Jetzt kann ich eigentlich alles verkaufen. Jetzt kann ich eigentlich alles verkaufen, ja. Der mit seinen Motorrädern, ey. Wird angegriffen. Wird gebaut. So. Ja, aber dann kann ich ja jetzt eigentlich diese Motorräder wegmachen. Genau. Wird gebaut. Oh, Gott. Bam. So, oh. Oh, was war das jetzt hier? An die Front. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Okay, interessant. Na gut, Leute. Ähm. Tja, da muss ich das jetzt mit denen... Was, du Scheiße, ey. Eine Kaserne. Oh, Mann. Oh, Mann. Und ein Luftangriff, ja. Wird gebaut. Aha. Ähm. Konstruktion. Das Gute ist, dass ich einen Techniker dabei habe. Beziehungsweise drei Techniker dabei habe. Die können schön auf sich das Feuer lenken erstmal. Genau. Und dann jetzt hier die ganzen Motorräder wegmachen. So, Leute. So. Bam, bam. Und jetzt hier. Ach, eure Waffenfabrik. Platt. Sehr gut. Er hat es verkauft. Macht den Panzer im Arsch. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es. Wir haben es, Leute. Oh, wir haben es geschafft. Mehr hat er nicht mehr. Es sei denn, er verkauft jetzt. Da kommt dann Minik mehr raus. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. Delphi. Da ist es uns ganz schön schwer gemacht, muss ich sagen. Ja. Oh. Schießt weiter auf den Flachs. So. Ja. Perfekt, Leute. So. Dann habe ich jetzt tatsächlich nur noch diese Maniken übrig. Nur noch diese Maniken übrig, ey. Oh, mein Gott. Typisch Add-on. Wirklich. Typisch Add-on. Könnte ich euch schon mal da hinstellen. Ich speicher das jetzt nochmal. Auf die Gefahr hin, dass dann, ähm... Ja, alles, alles für die Katze ist, aber... Leute, das muss doch irgendwann mal vorbei sein. Das muss doch irgendwann mal vorbei sein. So, Luftangriff, bitte auf den Sammler. So. Ähm. Zum Glück habe ich noch diesen Luftangriff. Oh, yes. So, dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Nicht, dass der Sammler jetzt alle überfährt oder so, ne? So, und wegmachen. Ah, das war's. Oh, mein Gott. Am Ende war das ja noch ziemlich knapp. Ach du Scheiße. Wir mussten tatsächlich alles platt machen. Ah, gut. Okay. Heftige Mission, Leute. Heftige Mission. Pah. Tazetas. Eine Stunde, zehn Spielzeit, ey. Mann, Mann, Mann. Bonusgalerie freischalten. Verluste Nord-633, ey. Oh, mein Gott. Gut. Bonusgalerie. Was haben wir hier? Aaron-Porträt eines kostümierten Soldaten. Aaron-Powell-Grafiker, verkleidet als MC-Soldat. Cool. Ja, liebe Leute, dann. Die Mission, die war hart. Muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Aber, wir haben es geschafft. Dritte Mission. Infiltriert. Oh, Mann. Okay. Achtung. Nord greift unsere Basis im Ost-Sudan an und nimmt sie Stück für Stück eine. Erobern sie die Basis zur Brüder. Lernen sie die militärische Vorherrschaft im Gebiet. Oh, Gott. Bitte nicht. Bitte nicht wieder so eine schwierige Mission. Gut. Aber wieder eine Cutscene. Ach, du Scheiße. Ähm. Okay. Infiltriert. Ja, okay. Mhm. Mach die Flammenwerfer da unten im Arsch. So, da muss ich jetzt mich echt mal konzentrieren hier. So, los. Jetzt will er auf den Bauhof, ne? Was? Oh. Hm. Okay, ich verstehe schon, ja. Sammler. Sammler. Ah, ich verstehe schon, wie der Hase läuft. Ähm. Bau mal schützen. Ja. Dann hier. Jawohl. Und ein Invasor. So, okay. Puh. Flammenpanzer auf meinen Sammler? Ja. Ja. Äh. Jawohl. 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 In Ordnung. Einweil. Jawohl. 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 Uuhuhuhu. Okay. Ähm. Gut, Leute. Ähm. dann hier und hier sehr gut jetzt hat da hier eine noch mal noch wenige fabrik aufgebaut so schnell okay so es baut er weiter das ist ja wohl nicht war so mein gott kann das ding mal kaputt gehen man nicht braucht eine werkstatt so leute das haben wir abgewehrt tatsächlich die beiden können auch auf den gummipanzer geht ja leute das haben wir schon mal abgewehrt die kriegen den ohne probleme so ja sehr schön alles klar was so wie kann der türme hier bauen wie unfair ist das schon wieder meine güte leute wie unfair ist das schon wieder so gut infiltriert halt klar was habe ich da schon wieder gehört so reparieren kann ich raketentürme bauen kann ich noch doch kann ich sehr gut so krasse mission zumindest der anfang ja sehr schön sehr schön sehr gut alles klar ist der sammler voll passt was was zur jetzt haben die nordis unsere raketenwerfer fern ist und so ja toll es kommt da mit einem flammenpanzer und das war es dann das war es wieder was oh gott die addon mission ist doch bescheuert ihr seid doch echt bescheuert mit eurem addon noch mal langsam so wachturm so los so sammler du fährst bitte hier rein so los kaserne so gut heute ah mein gott invasor so leute dann hier so meine güte so ja danke danke dass du blöd bist wirklich so gut dann panzer dann brauche ich nichts anderes mehr außer panzer beziehungsweise drei bin ich kann ich schon noch über auch sammler hier runter wunderbar genau für den scheiß meine güte alles klar so wunderbar sammels so dann wieder werkstatt ja da ist jetzt die kacken wartet mal muss aufpassen ich muss aufpassen invasor so schneller den invasor bitte bevor er da wieder mir alle sachen hier weg nimmt oh ich habe sogar schon eine mini fabrik da steht ja ok dann verkaufen so leute dann macht den gummi den gummi panzer da platt machen los alles klar dann alles klar so platt machen so dass wir verkaufen so was ich stelle da so sehr gut dann können wir ja eigentlich auch schon eine werkstatt jetzt bauen diese mission hier die sind schon heftig sozusagen fortgeschrittener für fortgeschrittene spiele deswegen habe ich hier auch so meine probleme ich bin nicht fortgeschritten so da kommt der flammenpanzer ja die kriegst du kriegt ihr ja sehr schön heute wunderbar da ist noch ein flammenpanzer ja dann so sehr schön leute ok werkstatt und diesen panzer da und dann bitte genau da baut er wieder seinen turm oh man während du am präparieren bist stell die beiden männlichen da ab wieder so leute alles klar so nix da mit deinem turm so so dann habe ich jetzt vier panzer damit lässt sich doch schon mal weiter arbeiten wieder mit seinem geklauten raketenwerfer so aber geschafft sehr gut sammler du bist du direkt hier vorne und wir sehen eine braune karte sehe ich jetzt erst ganz genau die leute eine braune karte was häufig in der not kampagne hatten sehr schön so dann habe ich jetzt vier kampfpanzer damit lässt sich doch schon mal arbeiten der hat auf meinem mannigen da abgesehen der will seine scheiß turm da wieder aufbauen das kann aber vergessen das kann aber echt vergessen ihr so ich habe wieder keine kohle aber die gebäude hier die würde ich schon ganz gerne behalten so alles klar dann würde ich sagen schützt diesen bereich hier um mein gott ja so wieder eine krasse der add-on mission keine chance geklauter raketenwerfer alles klar da brauche ich jetzt die raffinerie die zweite versuch das wieder ich hoffe das reicht es reicht natürlich nicht auch mann einsam ist echt zu wenig ist echt zu wenig leute aber wieder gut gegen kampfpanzer haben die zum glück keine chance und ja dann habe ich dadurch trotzdem hier nach wie vor gefällt auch wenn ich hier oft feile sowie da knapp knapp leute knapp so zweiten sammler ist fertig sehr gut dann bitte als nächstes gefestigungstürme das mennigen bleibt da schön stehen das mennigen bleibt da schön stehen so genau für den fall weg mit dem scheiß so liebe leute dann brauche ich mir auch noch mal ein buggy beziehungsweise ein jeep um mal liebe karte ein bisschen zu erkunden so wie es immer mache und ja dann wollen wir mal ein bisschen rumfahren so aber der raketen der passt das ist schon mal sehr gut ich sagen gebe ich noch einen direkt den auftrag weil es nervt wirklich wieder da oben eigentlich wieder der angeschissen und ja dritte add-on mission hier ist ordentlich kohle die nehme ich natürlich sehr gerne ordnung schaut euch das an heftig schaut euch das an dieses eine das ist ein riesiges tipp umfeld hier aber jetzt hier auf einmal so viele aufgedeckt keine ahnung ja kommt es in ordnung so liebe leute dann haben wir uns verteidigt und dann können wir auch schon kommunikationszentrale bauen perfekt wieso deckt ihr da so viel auf manchmal ist so komisch ja komm sehr gut so bewegte ich mal weiter schiebt du machst einen sehr guten job da ist der nord sammler deckt hier extrem viel auf der schieb finde ich interessant aber gut liebe leute dann sind wir auch leider schon am ende der command and conquer session angekommen oh man das geht echt so schnell wird aber die karte noch ein bisschen erkunden was ist das denn für eine einheit raketenwerfer es ist für eine einheit leute die habe ich ja noch nie gespielt aber die habe ich in videos gesehen ok dann macht das ganze auch einen sinn was ich da gesehen habe ich habe schon gefragt warum kriegen wir die einheit nicht aber hier hat er einheiten anscheinend raketenwerfer ich werde jetzt noch diese kommunikationszentrale zu ende bauen ich hoffe die energie reicht dafür die reicht noch nicht mal wie krass leute großkraftwerk so direkt großkraftwerke in auftrag geben so gut leute großkraftwerke ich habe jetzt die unwerfer er baut da oben wieder seine kommandos ich habe es gehört wer will rock'n'roll so ja genau so liebe leute dann hier ist ein bisschen wenig platz muss ich sagen macht die macht die kaputt die mauern ja macht wirklich alle platt der blech haufen der war cooler als auf meine seite war wirklich sehr schön gut dann welche mich hier unten noch orcas aufbauen heftig 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 diese einheiten aber wartet mal ich hätte ganz gerne noch ein jeep erst mal die karte vollständig zu erkunden und dann mache ich die folge zu ende der sammler der geht jetzt wahrscheinlich auch da hinten hinten oder wo geht da hinten hier oben ist auch noch was okay Leute da oben ist anscheinend auch noch was okay aber jetzt was zur ach wieder ein geklauter raketenwerfer ach du kacke wieder ein geklauter raketenwerfer oh man ja gut die nordhubschrauber die konnte ich auch nie bauen was soll denn der scheiße das ist so unfair die nordhubschrauber konnte ich nie bauen der macht die tatsächlich kalt das ist krass und dann bauen noch einen jeep bitte gut und hier so sehr schön dann haben wir uns ja echt fast schon komplett hier aufgebaut und die ganze karte ergründet was ist das für eine karte ja gut einfach hier oben her nur einfach hier her ach du scheiße er hat einiges der rat einiges eine kleine basis Die Basis ist nicht so groß. Hm. Na gut. Knall ich ihm da jetzt noch einen Ionenwerfer rein. Zack. Genau. Schön viele auf einmal zerstören hier. Passt doch wunderbar, ey. Der hat echt Hubschrauber. Komm, Helikopter. Oh mein Gott. Da. Der mit seinen Kommandos immer, die bringen dem doch nix. Oh Mann. Na gut, Leute. Dann weiterbauen. Oha, Flammenwerfer. Flammenwerfer nicht schießen lassen. Gott sei Dank. So. Okay, Leute. Boah, dann. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, da wir schon wieder bei 30 Minuten sind. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und lasst die Glocken läuten. Erzählt es auch gerne weiter. Und bis hier weiter geht es hier beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.